Wir sind hier, um euch eine Allianz anzubieten. Dann seid ihr erst recht willkommen. Wir haben auch Verpflegung und Ausrüstung mitgebracht. Großartig! Und natürlich Waffen. Tauri-Waffen. Nichts für ungut, mein Freund, aber eure Waffen sind primitiv im Vergleich zu unseren. Carter, ich denke, eine kleine Demonstration wäre nicht verkehrt, oder? Diese Waffe nennt sich P90. Sie trägt ein aufgesetztes 50-Schuss-Magazin mit Teflon-überzogener Führung und besitzt eine Feuergeschwindigkeit von 900 Schuss pro Minute. Wer ist euer Stabwaffenspezialist? Ragnor gehört zu unseren besten Schützen. Kater, dieses Ziel. Es dürften etwa 60 bis 70 Meter sein, ja? So in etwa, Sir. Feuer frei, mein Junge. Feuer frei, mein Junge. Gut gemacht. Tai Kray. Zwei von drei. Tja, ist nicht übeln. Kater? Du überlässt das einer Frau? Major Kater ist eine mächtige Kriegerin. Ja, natürlich. Also eigentlich... Augenblick noch. Hey! Du! Mit dem Rock! Lass das Ziel ein bisschen schwingen. Noch mehr! Okay, jetzt geh'n Stück zurück. Wann immer Sie möchten, Major. Äh, Major, ähm, demonstrieren Sie die Waffe mal bei Einzelfeuer. Das ist eine Waffe des Terrors. Sie ist gedacht, um den Feind einzuschüchtern. Das ist eine Kriegswaffe. Sie ist dazu da, den Feind zu töten. Sie arbeitet genauso zuverlässig bei einer fünfmal höheren Reichweite, wie gerade eben gezeigt. Damit haben wir noch jedes Scharmützel gewonnen, das wir mit den Goa'ul-Tatten und den Jaffa, die ihnen dienen. Diejenigen von euch, die gegen uns gekämpft und überlebt haben. Und ihr wisst genau, wen ich meine. Ihr werdet mir sicher beipflichten. Wir akzeptieren eure Geschenke voller Dankbarkeit. Und Demut. Und jetzt, lasst uns diese neue Allianz feiern! Das macht Ihnen richtig Spaß, oder? Ja, Sir.